Wir suchen den Gewinner aus Leute, 3, 2, 1 und es ist... Yo Leute, was geht und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Bad Wars bzw. zur Auflösung vom Optifine Cape Gewinnspiel. Ich dachte mir, ich zocke einfach mal ganz gechillte Runde 8x1, vielleicht können wir die ja sogar reißen. Das ist meine allererste Runde heute, deswegen denke ich eigentlich eher weniger. Aber wir können es natürlich probieren. Irgendwie muss das Video ja trotzdem noch ein bisschen was von Inhalt haben. Ich habe es gelieft, dein Ernst, Mann, oh mein Gott. So, auf jeden Fall, ihr habt ja gesehen, hoffentlich, hoffe ich doch mal, oder? In dem Video, ich bin Supporter auf Team Kaiudo, habe ich da doch einen Optifine Cape verlost, was von einem lieben Mountcalf gesponsert wurde. Also nochmal, vielen, vielen Dank dafür. Und ich habe mich heute mal hingesetzt und mit einer wunderbaren Website, the Cape, ähm, verlost, sprich also einen zufass generierten Kommentar ausgewählt. Ich würde sagen, das blende ich euch einfach jetzt mal kurz ein. So, meine Freunde, wir sind auf YouTube Random Comment Picker, einer tollen Website, die dir einfach random von deinem Video einen Kommentar rauspickt. Deswegen dachte ich mir, es eignet sich doch sehr für dieses Gewinnspiel. Ich balle hier einmal kurz die URL rein. Ich habe es schon mal ausprobiert, um zu sehen, ob die Seite gut funktioniert. Hat doch geklappt, deswegen sind wir wieder hier. Wir laden kurz die Kommentare. Hat alles geklappt, scheint so. Wir haben ein bisschen viel Views, die eigentlich vollkommen unreal sind. Keine Ahnung, wie die Seite auf diese Zahl kommt. Naja, wie auch immer, wir suchen den Gewinner aus, Leute. Drei, zwei, eins. Und es ist... Benji-Style. Du schaffst die Phase, mein ingemnames Benji, falls du den brauchst. Mensch, mein lieber Benji-Style oder Benji-Style oder keine Ahnung was. Mein lieber Benji, ich würde sagen, du kriegst das Optifine-Cape. Ich wette das, sofern ich das herausgefunden habe, wie das geht. Ich muss ein YouTube-Tutorial schauen, weil ich inkompetent bin. Wette ich dies sofern tun. Und ich würde sagen, wir gehen zurück in Minecraft. So, der müsste erstmal weg sein. Genauso wie sein Bett. So, der liebe Benji-Style, ja. Der hat das ganze Cap gewonnen. Natürlich, ähm, herzlichen Glückwunsch erstmal. Schön, dass ihr auch so zahlreich mitgemacht habt. Hat mich auf jeden Fall sehr gefreut. War ein sehr interessantes Unterfangen. Oh mein Gott, bitte, bitte, bitte. Sehr schön, Alter, sehr schön. Benji schreibt da auch, wunderbar. Ich glaube, der Benji hat sogar seinen Ingame-Namen geschrieben. Da müsste, glaube ich, gleich sein wie auf YouTube. Deswegen kann ich auch das Cap ohne weitere Rücksprache, soweit ich gesehen habe, auf deinen Account übertragen. Das heißt, ich weiß nicht, wie lange das dauert. Dauert das eine gewisse Zeit, bis das Cap ankommt? Ich habe keine Ahnung, Freunde. Ich habe noch nie wirklich was damit am Hut gehabt. Deswegen, ich werde es nach diesem Video direkt machen. Also, wenn das Video online ist, sollte der lieber Benji seinen Cap auch schon haben. Wenn dies nicht der Fall ist, bitte, bitte meldet sich wieder in den Kommentaren. Dann, keine Ahnung, vielleicht ist da was schiefgelaufen oder so. Ich hoffe natürlich nicht. Ich gebe mir natürlich mir. Ich möchte hier schon alles auch mit rechten Dingen zugehen lassen. Wenn ihr noch Lust habt auf mehr Giveaways oder Verlosungen oder wie auch immer, Gewinnspiel, wie man das auch immer nennen möchte, dann schreibt es erstmal gerne in die Kommentare, lasst ein Like da und so weiter. Wenn ihr Sachen habt, die ihr denkt, so, ja, zum Beispiel ein Cape oder irgendwelches Ähnliches, was man halt auch verschenken kann, wenn ihr diese nicht mehr braucht und die gerne verlosen wollt, könnt ihr mir das gerne geben. Ich werde es dann verlosen, wenn ihr das wollt. Keine Ahnung, hört sich ein bisschen komisch an. Natürlich freiwillig, ihr wisst Bescheid. Falls ihr ein Cape übrig habt, was ihr nicht braucht und denkt, es wäre auch eine gute Sache, dass ihr es ein netter Zuschauer bekommt, dann könnt ihr mir das gerne mitteilen, natürlich wie immer. Oh mein Gott, der ist höher als ich, das ist jetzt ein bisschen blöd, ne? Das ist jetzt ein bisschen blöd. So, Leute, schaffen wir das. Nice, Alter, nice. GG, mein Freund, GG. Wenn ihr lieber Streams sehen wollt, morgen um 15 Uhr sollte wieder ein Stream kommen. Hoffen wir mal, das haut irgendwie hin. Okay, das ist da drüben, der quippt sich, glaube ich mal. Hat er Eisen geholt? Ich sehe es nicht. Na, das sieht nicht danach aus. Das würde wahrscheinlich auch lower sein. Okay, der stackt sich auch. Oh mein Gott. Schon wieder ein Stack Battle, schon wieder, mit dem selben Typen, das ist doch nicht wahr. Alter, hat's Kopf halt verkackt? Ernsthaft? Alles ob, Alter. Ja, easy, erste Runde. GG, mein Freund. Sechs Minuten, vier Kills, vier Betten, Alter. Nice. Schreibt ihr noch was zu? Du bist low, du bist ein Hurensohn oder sowas? Na komm. Na komm, wäre das schön jetzt, oder? Na gut, scheint wohl nicht ganz der Fall sein. Leute, ich hoffe natürlich, euch hat's gefallen. Lieber Benni, viel Spaß mit dem Cape. Ich hoffe, dich hat das ein bisschen gefreut. Lasst doch gerne einen Like da, wenn ihr sowas öfter machen sollt und so weiter. Ihr wisst Bescheid. Wir sehen uns morgen wieder um 15 Uhr, hoffe ich doch. Ihr seid doch bestimmt alle da am Start zu einem wunderbaren Livestream. Und ansonsten wünsche ich euch noch einen wunderschönen Abend. Macht's gut, haut rein, meine Freunde. Und ciao.